Vielleicht kannst du auch einen Titel gewinnen mit dem Pokal, wir sind dabei. Zum ersten Mal nach drei Spielen stand Torgan Hazard wieder in der Startelf, Toto ist also wieder da und ich habe mich eben mit ihm zum Interview getroffen. Mit einem Tag Abstand, wie war das Spiel gestern für dich persönlich, wie fandst du das Spiel der Mannschaft, wie bewertest du das Spiel? Ich denke, es war nicht das beste Spiel von uns, aber trotzdem, ja, 3-0 Gewinn ist wichtig, drei Punkte. Wir müssen ja auch gewinnen, Samstag ist wichtig für uns und für mich langsam ein bisschen die Luft kommt zurück, ein bisschen besser, aber ist noch nicht optimal, aber geht's. Wollte ich nämlich fragen, also man hat gesehen, als du nach 75 Minuten rausgegangen bist, hast du dir an den Oberschenkel gefasst, es ist aber alles okay? Ja, alles okay, keine Verletzung, aber es war krampf und ja, ich muss arbeiten, aber es ist schwierig, wenn du zwei Wochen zu Hause hast, Quarantäne, du hast eine Verletzung ein bisschen. Ja, jetzt langsam zurück, aber für die Kraft ist schwierig. Aber es war auch eh nicht geplant, dass du 90 Minuten spielst, oder? Ja, ich denke, ich war auch nicht so gut, ich denke, normal zu gehen raus, aber es war wichtig für mich. Ich denke, wenn ich weiter ein bisschen, vielleicht, ich will nicht sagen verletzt, aber es war ein Risiko ein bisschen und ja, ich denke, es war normal zu rausgehen. Ich denke, die Fans sind alle froh, dich endlich mal wieder in der Startelf gesehen zu haben. Du hast ja leider in dieser Hinrunde neun Spiele durch Verletzung oder Krankheit verpasst. Wie gut hat sich das angefühlt, jetzt wieder in der Startelf zu sein? Es ist gut, sehr gut, es ist true. Ja, diese Saison war okay, ein guter Start, aber das erste Spiel Frankfurt ein Tor, aber Verletzung ein Monat und danach bist du nicht 100 Prozent, du kommst zurück. Aber du spielst nicht 90 Minuten direkt, du musst warten. Danach nochmal ein bisschen Verletzung oder jetzt Quarantäne, Corona. Ja, es ist ein bisschen Pech für mich, aber ich hoffe, das zweite Runde ohne Verletzung, ohne Probleme für mehr Spiele. Das wäre auch meine letzte Frage. Was wünschst du dir im kommenden Jahr für dich als Fußballer und auch als Familienvater vielleicht? Familie ist für mich wichtig. Alle sind gesund. Die Kinder, die Frau, der Vater, der Mutter, der Bruder. Alles wird gut fit. Und Fußball, wie bis zum letzten Jahr vielleicht einen Titel gewinnen. Okay, wir sind raus in der Champions League, aber wir hatten die Chance zur Europa League bis zum Finale. Und vielleicht kannst du auch einen Titel gewinnen. Mit dem Pokal auch, wir sind dabei. Und ja, Bundesliga ist schwierig, aber bis jetzt ist es nur sechs Punkte. Aber wir müssen erst mal gewinnen, Samstag zu drinnen bleiben. Und danach, ja, ich hoffe für alle Fans, für die Mannschaft eine Titel zu gewinnen. Morgen schon fliegt die Mannschaft nach Berlin zum letzten Pflichtspiel des Jahres. Wir übertragen für euch von hier aus ab 11 Uhr die Pressekonferenz. Dann sitzt da oben unser Cheftrainer Marco Rose. Ich sage Tschüss aus Dortmund.